Hallo, meine Lieben! Ich bin total glücklich, gerade dieses Video drehen zu können, denn uns hat die erste Fanpost von euch erreicht und die werden wir jetzt in diesem Video öffnen. Ja, das ist unsere erste Fanpost hier. Leider nur ein Brief, aber kein Problem. Ich freue mich natürlich riesig. Ich danke dir, wenn du zuschaust und uns diesen Brief geschickt hast. Hier seht ihr nochmal meine Adresse, wohin ihr das schicken könnt. Ihr müsst einfach nur das angeben und dann kommt es auch dahin. Ihr könnt Briefe schicken, ihr könnt Pakete schicken, alles kein Problem. Es geht alles an meine Packstation. Ich bekomme eine SMS und kann es abholen. Also alles kein Problem. Hier sieht nochmal die Adresse. Ja, und ich würde sagen, wir öffnen das jetzt mal. Es ist hier hinten schon ein bisschen aufgegangen. Oh, ich darf ihre Adresse natürlich nicht zeigen. Oh, wie cool! Also zum ersten Mal haben wir sowas hier bekommen. Das gucken wir uns gleich nochmal genau an. Und dann haben wir noch ein paar Sachen. So, und dann ist es auch schon leer. Tun wir das mal hier hin. Oh, das klebt ja mein Finger. So, also wir haben zum einen, ach so, ein Umschlag, wo wir ein Autogramm schicken. Das ist natürlich kein Problem. Hier hat sie ihre Adresse drauf geschrieben und schon eine Briefmarke. Wenn ihr möchtet, dass ihr ein Autogramm von uns bekommt, könnt ihr das auch ganz einfach machen. Also ihr könnt einfach so einen Briefumschlag mit reintun mit einer Briefmarke und eure Adresse drauf und dann schicken wir euch das natürlich zurück. Dann haben wir einen kleinen Brief bekommen, wo drauf, dass ich dir so ein Video vorlesen kann. Das heißt, wir werden das mal machen. Liebe Maggie, eine wunderschöne Schrift hast du. Unglaublich. Total schön. Guck mal die Schrift an. Wow. Sieht ein bisschen aus wie Felix Schrift. Ich schaue mir jedes Video von dir an. Ich nehme oft Tipps von dir an und mache sie nach. Mel ist mega süß. Ich finde es sehr schade, dass du Lernungsmodellen verkauft hast. Ich würde mir wünschen, dass du öfters Videos oder Vlogs mit Felix machst. Apropos Felix, dein Hund ist auch mega süß. Ich habe für Mel eine Nuckelkette selber gemacht und einen Briefumschlag reingelegt. Könntest du mal bitte ein Bild von Mel mit der Kette und einer Autogrammkarte zurückschicken? Hab euch ganz so lieb. Deine Josie. Total cool. Also das meint sie wohl mit der Nuckelkette. Total cool. Also hier kommt wohl der Schnuller ran, wenn ich das richtig verstanden habe. Und hier kann man das dann so an Klamotten oder so festmachen. Total cool und voll süß. Hier steht nämlich noch Mel drauf. Habe ich gerade gesehen. Schaut mal so. Oh, total süß. Voll süß. Ich liebe selbstgemachte Sachen. Ja. Ähm, ich werde auf jeden Fall ein Foto zu dir zurückschicken mit dieser Kette. Ich muss erstmal einen Schnuller daran machen. Und dann machen wir auf jeden Fall ein Foto und du bekommst ein Bild von uns. Ich werde diese Schnuller-Kette aber glaube ich an unsere Fanpost-Wand hängen. Weil ich sie einfach so schön finde. Und ich finde, alle selbstgemachten Sachen kommen von euch jetzt an unsere Fanpost-Wand. Und da wird diese auch hinkommen. Aber erstmal wird die Mel schön ausprobieren und testen. Ich werde versuchen, mehr Videos mit Felix zu machen. Nur er muss halt sehr viel arbeiten. Deswegen ist es nicht so leicht. Eigentlich wollte er auch deinen Brief vorlesen. Aber er ist gerade arbeiten. Wir wollten das Video eigentlich nämlich schon gestern machen. Weil gestern kam das Paket schon an. Und er hat aber jetzt am Abend einfach keine Lust mehr gehabt. Keine Motivation, sag ich mal. Das dann noch zu machen. Und deswegen mache ich das heute, weil ich gerade einfach Zeit habe dafür. Und ich hoffe, du bist nicht so traurig. Es kommen auf jeden Fall mehr Videos mit Felix. Erst recht jetzt mit dem neuen Baby. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. So ein ganz, ganz kurzes Video über unsere erste Fanpost. Kleines Box-Opening. Ich danke dir auf jeden Fall, Josy. Ich werde dir auf jeden Fall was zurückschicken. Kein Problem. Und dann an alle anderen, die mir auch gerne was schicken würden. Unsere Adresse habt ihr ja gerade schon am Anfang des Videos gesehen. Und ist ganz, ganz unten in unserer Infobox auch verlinkt. Könnt ihr auch mal gucken, wie das alles dann aussehen muss. Und dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag. Und bis zum nächsten Mal.